Hallo, Lars hier von IT-Zeugs.de und in diesem Video geht es um das Thema Command-Line-Completion. Also bleibt dran! Ja, was ist Command-Line-Completion? Das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Das ist das automatische Vervollständigen von Dateiname oder Ordnername, sodass man nicht alles eintippen muss. Und das passiert eigentlich in der sogenannten Shell. Mit Shell bezeichnet man das, was unter Windows die Eingabeaufforderung ist, bei den Unix-Varianten. Der Begriff Shell hat aber auch bei neueren Windows-Versionen Einzug gehalten. Wir schauen uns hier aber bei Mac die Shell an. Das ist aber eigentlich identisch, funktioniert das hier wie unter Linux. Unter Mac OS befindet sich hier auch als Kern quasi eine Linux-Variante. Die Shell wird aufgerufen hier über Terminal. Das meldet sich dann in der Regel so. Und jetzt kann ich über LS die Ordner anzeigen lassen. Und wenn ich jetzt in einen Ordner reinwähle, dann muss ich den so angeben und mit dem Kommando CD, Change Directory, wechsle ich da rein. Jetzt kann ich eben, wenn ich in Documents wollte, DOC tippen, Tabulatetaste drücken und schon bin ich in dem Ordner drin. Oder wenn ich jetzt CD, ich gehe wieder eins nach oben. Punkt, Punkt ist das virtuelle, wie heißt das, wie so eine Art virtuelle Ordner, der immer den Ordner 1 obendran bezeichnet. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal CD Desktop. Was aber jetzt, ich habe hier einmal Documents und ich habe hier einmal Downloads. Beides beginnt mit DO. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich tippe DO, dann nochmal Tab, dann werden beide Varianten angezeigt. Beim erstmaligen Tippen, mach es nochmal, kommt ein Signalton. Ich hoffe, ihr hört den auch. Nochmal tippen, dann sehe ich beide Varianten. Und wenn ich jetzt in Download will, dann kann ich einfach das W anhängen. Nochmal Tab und schon geht es weiter. Wenn ich von vornherein sehe, dass zwei Wörter mit dem selben Buchstaben beginnen, dann tippe ich halt einfach, wenn ich jetzt in Download will, drei Buchstaben ein. Also immer so viele, damit der Ordner eindeutig bezeichnet ist. Tabulator und Enter. Wie sieht das unter Windows aus? Auch da gibt es das. Da klickst du auf Start und dann ist nur wichtig, cmd.f aufzurufen, sonst funktioniert das nicht. So, und jetzt kann ich mir hier mal den Verzeihnisinhalt anzeigen lassen. Das geht nicht mit LS, sondern mit dir. Auch hier gibt es witzigerweise Dokuments und Downloads. Und wenn ich jetzt hier DO tippe und dann Ctrl-F, kann man sich vielleicht merken, File. Dann haben wir hier die Command Line Completion oder CD, DO, W. Ctrl-F, Command Line Completion. Das Verhalten ist hier ein bisschen anders, wenn ich hier nur DO eintippe und dann Ctrl-F. Dann nimmt er mir einfach den ersten, obwohl es zwei mit dem Beginn DO gibt. Aber da ist Windows halt ein bisschen anders wie UNIX. Das war schon alles zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Tipparbeit für die Zukunft erspart. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über Likes und Abos des YouTube Channels. Schau doch auch auf der zugehörigen Website it-zeugs.de vorbei. Dort findest du viele weitere Tutorials rund um Office und andere Computerthemen. Du kannst auch die Newsletter bestellen und erhältst das Dankeschön, mein kleines E-Book mit Office-Tipps gratis. it-zeugs.de ist auch auf Facebook. Ich freue mich, wenn du mir auch dort folgst. Bis bald!